Wir sind heute mit all den Regeln der Meme-Regel. Also hier sammeln wir alle Regeln von dem Meme, von Ahkama al-Meme, und die sind nur drei. Wir hatten als erstes den Ikhfa-Shefawi. Der Ikhfa-Shefawi ist hier bei uns nur der Ba. Und dann haben wir den Idram-Shefawi und wir sagten schon in den Nun-Regeln, dass Idram so was wie das Kombinieren ist und Meme mit Meme wird dann zu einem Shedda und deswegen haben wir nur den Meme hier als Idram-Shefawi. Und dann haben wir Izhar-Shefawi. Und genauso wie bei der Nun-Regel, so haben wir gesagt, dass alle Izhar normal ausgesprochen werden. Also der Nun wird ausgesprochen und dann die sechs Buchstaben und wir bleiben nicht dort lange stehen. Und genauso machen wir das dann hier. Und zu den Izhar-Shefawi sind dann alle anderen restlichen Buchstaben. Und das ist eben die Kurzfassung von den drei Regeln in Al-Meme oder Ahkama al-Meme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Walhamdulillahi Rabbil Alameen